Der Schweizer Konzern Migros hat sich jetzt gedacht, sie machen was in Richtung Recycling, indem sie Plastikmüll sammeln, den recyceln lassen und daraus neue Verpackungen herstellen. Der kleine Haken in der Sache ist jetzt allerdings in der Kapazität, das ist in der Schweiz noch nicht möglich. Das heißt, Loake Recycling bei uns in Lustenau macht jetzt das Sortieren. Was sagen Sie dazu? Ja, dass das jetzt unbedingt weit transportiert werden muss, ist nicht sinnvoll. Es macht nicht Sinn Abfälle von Genf nach Vorarlberg zu transportieren. Das ist schon einmal das Grundsätzliche, was den Transport dann langt. Da ist es ganz wichtig, dass der Transport so gering wie möglich gehalten wird. Sie haben es gerade angesprochen wegen dem Transport. Da wird sicher auch mit einem Plus zu rechnen sein, was den Lkw-Verkehr in Vorarlberg anbelangt. Was sagen Sie zu dem Punkt? Ja gut, das Zollamt Lustenau ist gut ausgelastet oder Sankt Margrethe höchst. Also da sollte man jetzt schon schauen, dass das nicht zu viel wird. Grundsätzlich ist natürlich das System ein Mehrweg-Einweg eine ganz grundsätzliche Frage und dieser Weg zum Einweg ist aus meiner Sicht grundsätzlich eine Sackgasse. Was sagen Sie zur Grundidee? Ich meine, man kann ja darüber zufrieden, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn ein Lebensmittelhändler selbst sagt, wir sammeln unseren Plastikmüll und bringen den zu einem Recycler? Ja, mein Unterschied zu Österreich ist in der Schweiz schon so, dass der Einzelhandel sich der Verantwortung bewusst ist und Sammelsysteme aufgebaut hat. Also in jeder Mikrofiliale, die ich bis jetzt kenne, gibt es eine große Sammelstation für quer durch alles. Das macht absolut Sinn, aber auch in der Schweiz ist die Tendenz zu mehr Einweg und das ist etwas, wo ich grundsätzlich ablehne. Was gibt es aus Ihrer Sicht zu dem Thema noch zu sagen, dass jetzt Lustenauer Firma für Schweizer Lebensmittelkette recycelt und den Plastikmüll sortiert? Ich denke, da sind die Sachen relativ gut abgestimmt zwischen Erzeuger von Einwegprodukten und den Recyclern wie die Firma Lohacker. Sie führen uns im Endeffekt auf eine falsche Fährte, wenn man so will. Wichtig ist, dass wir den Mehrweganteil deutlich erhöhen, damit regionale Kreislaufe stärken und die Kreislaufwirtschaft ist das Thema und nicht die Recyclingwirtschaft in dem Sinn, dass da, wie es in der Schweiz jetzt vorgesehen ist, nur 70% dieser Abfälle langfristig recycelt werden sollen. Also das sind sowieso schon Zahlen, die nicht dementsprechend, die wir als Ziel haben sollten. 90% und mehr sollte mindestens das Ziel sein, relativ kurzfristig zu erreichen. Also ist das aus Ihrer Sicht so eine Art Scheinlösung? Ja, wenn wir da im Verpackungsding bleiben, ist das eine Mogelpackung aus meiner Sicht ganz klar.